Das ist auch tatsächlich mit diesen Stoffen, die gestern angebracht wurden, dann fast schon so ein Segelschiff. Die Vorstellung, dass jemand wie wir auf einem umgekehrten Dach ganz langsam die Wasserwege entlang schippert, weckt, glaube ich, bei vielen so Kindheitsträume. Huckleberry Finn und Floßfahren und sich treiben lassen. Er hat eine unheimliche Strahlkraft. Es ist eh aufregend, weil es einfach nicht schon im Vorfeld klar ist, was passiert genau. Und man kennt die Leute nicht, sondern lernt jeden Tag neue Leute kennen. Und es ist kein herkömmliches Boot. Ich bin Julia, Julia Blavat, wie ich bekannt bin. Und bin jetzt die Skipperin für den ersten Teil. Ich fahre jetzt von heute bis kurz vor Magdeburg, probably. Und dann übernehmen die anderen. Eine zentrale Frage ist, wie sich die Citizenship fortbewegen kann. Und was es entlang der Wasserwege überall gibt. Das sind Ruderclubs und Kanu-Clubs. Wir begrüßen euch herzlich auf eurem Weg nach Passe. Ihr habt viel vor und ihr habt eine Mission. Alles Gute. Okay, Ruderer, wir unterstützen euch mit unserem Pedalhof. Auch was Tolles, dass die Idee der Citizenship und sicherlich auch die Verbindung zur Documenta eine sehr große Bereitschaft gibt, zu kooperieren. Und die Leute wahnsinnig inspiriert sind von dem Gedanken, dass da ein Dach umgedreht verlangsamt die Wasserwege in der Bundeshauptstadt zur Documenta-Stadt fahren. Von Spandau nach Potsdam wurden wir von verschiedenen Ruderclubs gezogen. Ich grüße hier, weiß nicht, 50 schwergevögel. Ist eine bunte Erweiterung unseres Kulturhorizonts hier vor Ort. Wir sind stolz darauf, dass ihr euch von unserem Auftreten nicht habt abschrecken lassen, sondern geglaubt habt, dass wir einen sonnenweiten Horizont haben, dass uns das auch begeistern könnte. Das tut's. Wir haben noch ein ganzes Ritual, hier diese Prost da, und zwar an jedem Club, der uns unterstützt hat, auf dem Weg von Spandau hier zum Berliner Ruderclubs. Die ganze Kurze. Vielen Dank für eure Acht. Dankeschön. Schlacke. Wirklich, wenn wir über die Strecke noch nachdenken, die ihr noch vor euch habt. Also glauben, glaube ich, die meisten nicht, dass ihr die Weser da irgendwie heil überstehen werdet. Aber ich glaube, irgendwie kommt ihr da schon an. Vielleicht nicht als ganzes Boden, aber ihr kommt da an. Okay, wir verabschieden uns zum Berliner Ruderclub und danken für die großartige Unterstützung. Schöne sind Schäpehäu. Schöne sind Schöne. Schöne sind Schöne. So, jetzt haben wir hier das zweite Handredner. Wir haben das gut hingekriegt, wir haben weder ein Schiff beschädigt, noch ist irgendwer zu Schaden gekommen. Ich bin zuversichtlich, dass wir das nach Kassel schaffen. Also die Crew muss gut zusammenarbeiten, aber macht's. Es ist total schön hier in dieser Geschwindigkeit des Flusses, quer durch die Landschaft.